Tage des Warns-Warns. Die Sonne brannte diese typischen kleinen Löcher in den Bus der Was-Jungs, English-Base-Boys. Die Instrumente waren gefährdet, naja, der Bus, English-Bass, war halt. Zwar gab es für jeden Was-English-Base noch eine genügend geschützte Stelle, aber wie lange noch? Boys, Boys! Boys, Boys! Die Boys hatten täglich eine Show, ihr Bus wurde zu Easy Call. Der Hochstrom erbrannte seine Spuren, im Dach und Abortur. Die Boys kam die Hitze nicht zum Pass, sie hatten Angst und jeden Bass blieben. Die Boys waren blieben, und sie blieben. Boys in the Bassball, do me and do me over. Boys in the Bassball, do me and do me over. Oh, die Boys in the Basement, du-i-un. Klar, sie waren so langsam live, wie sie Briten, die Briten. Und sie berieten auch dann Flächter von dem Bass-Boy-Bus. Was? Was? Was nicht Bus? Okay, dann Bass-Boy-Bus. Hey, was sind nun? Na, B's nicht Buss. Bass-Boy-Bus. Was dann? Na, B's. Der Bus ist Englisch Buss. Also Bass-Boy-Bus. Nein, B's. So, dann heißt es Bass-Boy-Bus. Yo! Und einer der Baseboys, den den Bus eng gespacht hatte dann DIVW Er ging zum Boss Zum Boss der Baseboys und sagte Baus 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 Wir brauchen ein Haus Wir wollen nicht mehr die Boys in der Baseball sein Baus Wir brauchen ein Haus Wir wollen nicht mehr die Boys in der Baseball sein Baus 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 Musik